Bismillahirrahmanirrahim Darsul Quran Vortrag aus den Lehren des Heiligen Quran Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Euzubillahiminashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُمْ إِلَى التَّحْلُكَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Spendet für Allahs Sache und stürzt euch nicht mit eigener Hand ins Verderben Es gibt fünf Arten von Gebeten, die den Monat Ramadan letztendlich ausmachen beziehungsweise es sind diese fünf Gebete, die der dritte Khalif Rehmulatalla uns in einer seiner Ansprachen mitgegeben hat die in diesem Monat Ramadan einen ganz ganz speziellen Wert haben und je mehr wir uns auf diese fünf Arten von Gebeten konzentrieren umso mehr werden wir unseren Sinn des Monats Ramadan, also die Nähe Allahs auch letztendlich erreichen Von diesen fünf Arten möchte ich heute auf eine Art des Gottesdienstes, des Gebetes eingehen nämlich die Großzügigkeit beim Spenden Es kann hier und da auch die Frage auftauchen, wie denn das finanzielle Spenden ein Gottesdienst sein kann Wie kann das denn ein Gebet sein? Grundsätzlich stellen wir fest, dass jede Form des Gottesdienstes beziehungsweise des Gebets immer eine Art Aufopferung, mit einer Art Aufopferung verbunden ist Für das Namas zum Beispiel muss man Zeit opfern Für das Fasten muss man auf Nahrung verzichten und den Hunger aushalten Beim finanziellen Spenden muss man sein hart verdientes Geld opfern, was natürlich nicht einfach ist Dafür muss man erst einmal eine Bereitschaft entwickeln und sich auch überwinden Der Satan wird immer versuchen, den Menschen einzuflüstern dass es das Geld noch braucht und dies und jenes noch kaufen muss Und wenn man schon alles hat, kommt der Gedanke, dass man das Geld doch lieber sparen kann Denn man weiß ja nie, was im Leben passiert Dazu hat Allah im Heiligen Koran gesagt Das heißt, Satan warnt euch vor Armut und befiehlt euch Schändliches Also es ist die Aufgabe des Satans, uns sozusagen diese Angst einzuflüstern Dass wenn wir im Wege Allas spenden, dass dadurch wir in Anführungszeichen auch ärmer werden Während Allah in dem gleichen Vers weiter sagt Spendet es auf meinem Wege Gebet meinem Willen auch anderen Menschen ein bisschen von dem, was ihr an Geld habt Damit auch sie etwas zu essen und zu trinken haben Und wie es sich anfühlt, hungrig zu sein, können wir in den jetzigen Tagen mehr nachvollziehen als denn je Allah sagt aber auch, gibt auch das Geld bzw. spendet auch im Wege Allas Indem ihr für die Verbreitung des Islam Geld spendet Mit dem Hintergrund, damit auch andere Menschen von meiner gesamten Religion, also von dem Islam erfahren Und dadurch auch persönlichen, aber auch gesellschaftlichen Frieden finden Und ihr, also diejenigen, die spenden Dadurch meine Vergebung und meinen Segen nicht nur im Jenseits, sondern auch im Diesseits erfahren Der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat an einer Stelle gesagt Die beste Wohltätigkeit, also die beste Sadaqah, Spende Ist die, die im Ramazan gegeben wird Und an einer anderen Stelle hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt Dies ist ein Monat, also der Monat Ramadan In dem das Risk, also die Versorgung des Gläubigen sich erhöht Und derjenige, der Sadaqah freiwillig gibt Erhält die Belohnung in Höhe der Pflicht Hasid Muslehem oder Rasilat Al-Anhu Hat in Bezug auf den Monat Ramadan und Spenden an einer Stelle Folgendes gesagt Der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat in den Tagen des Ramazan sehr viel gespendet Laut den Hadithen heißt es, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam In den Tagen des Ramazan wie ein starker Wind gespendet Tatsächlich ist dies ein großer Weg für die Entwicklung einer Nation Dass ein Mensch anderen mit seinen Dingen hilft Alle Arten von Niedergang treten dann auf Wenn die Menschen einer Nation annehmen Dass ihre Habseligkeit nur ihnen gehöre Andere haben kein Recht darauf Das Weltsystem basiert auf der Tatsache Dass meine Sachen von anderen benutzt werden Und der Ramadan, sagt Hasid Muslehem oder Rasilat Al-Anhu Gewöhnt uns daran So möchte ich Sie, auch liebe Zuschauer Hierbei zum Schluss auf die Sadgatul Fitr aufmerksam machen Die der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam In dem Monat Ramadan zur Pflicht erklärt hat Und darüber gesagt hat Die Tugenden und Anbetungshandlungen des Ramadan Hängen zwischen Himmel und Erde Fitrana, also diese Sadgatul Fitr, die auch Fitrana genannt wird Bringt sie in den Himmel Das heißt, dass als unsere Gebete und guten Taten Die wir im Monat Ramadan machen Erst durch die Entrichtung der Fitrana Bei Al-Atala auch letztendlich akzeptiert werden Diese Fitrana ist dafür da Dass unter anderem auch arme Muslime und Menschen Die bis zum Ende des Monats Ramadan Nicht viel Geld und viele Dinge haben Dass sie auch ein glückliches Eid feiern können Und daher sollte man versuchen Auch diese Sadgatul Fitr so schnell wie möglich Und auch rechtzeitig zu bezahlen Damit auch eben das Geld an die Bedürftigen Rechtzeitig ankommt Möge Allah uns vor dem Geiz in unserem Herzen bewahren Und möge Allah uns die Kraft geben Dass wir um Allahs Willen Im Wege Allahs noch viel spenden Möge Allah unsere Spenden annehmen As-Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh